Hey Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy X-2. Wir können... Wir gehen hier zurück. Und zwar... Zum Funguspass. Das Möwenpack gilt wohl als Anhänger der Liga. Wir haben ein Notsignal empfangen. Zeit für den Möwenhilfdienst. Also, Gippel war hier? Ja, seine Gruppe hat uns auch diese Machina gebracht. Sie wissen, er hat gesagt etwas, was mir immer noch etwas interessiert. Er hat uns nicht auf dich, Frau Yuna gesagt. Ich? Er hat gesagt, wir müssen auf unsere eigene Kraft zu retten, um Spira zu retten. Was ist der Karte? 1. 0. 0. 0. 0. Ja, aber für was sind wir jetzt hier? Ja, so sind wir doch jetzt hier voll fehl am Platz, oder nicht? Hm, na dann gehen wir wieder, schätze ich mal. Ja, dann können wir auch Ding zu Kilika grad gehen. Monster im Tempel Kilika, im Tempel von Kilika ist ein Monster erschienen, dort die Liga verschwenden Zugang, überwinde die Wachposten. Alter, das ist eine Schatzkiste, wie kommt man da hin? Ach so, okay. Zweimal MP-Pille. Was ist denn eine MP-Pille? Verdoppelt die maximale MP. Kann man anscheinend nicht benutzen. Was ist das? Das war's für heute. Drei Augentropfen Drei Augentropfen Drei Augentropfen Ah Drei Augentropfen Was bringst du hier? Wir haben gehört, die Fienden kommen aus dem Tempel. Und du musst nur gehen. Ich würde das nicht sagen. Ich bin nicht so sicher. Es gibt keine Fienden. Du hast es? Ich bin in der Youth League. Sie denken, dass sie mich in der Tempel haben? So, jetzt? Wir geben uns auf? Wir schauen uns erst mal. Du wirst nicht nach dem Tempel. Die Youth League blockiert die Forest entrance. Wie sie sollten. Wir können nicht die Tempel-Vermin in die Stadt gehen. Besonders, es spares mir von mir zu sehen. Sulky-Face? Bartello? Natürlich. Er ist mit New Yevon, so natürlich er ist in der Tempel. Aber dann ist es wirklich nichts von mir. Dann werden wir es für uns. Besonders, ich bin über die Fienden. Wenn Sie so schlecht gehen, dann werde ich Sie nicht stoppen. Aber sie werden die Leute weggebracht. Ich habe es. grie auf. Ich habe es. Ich habe es, sie mit ihnen schafft. Ich habe es. Wenn Sie so verletzt, was noch vorgenommen, dann wird die gut eingeschaut. 2.000 gill. 2.000 gill. 2.000 gill. 3.000 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 gill. 4.000 gill. 4.000 gill. 4.000 gill. 4.000 gill. 5.000 gill. Das war's für heute. Das heißt, wir müssen ganz nach rechts Leute Was? Alter Alter Junge Wie unfair ist das denn? Ich wollte gerade speichern, hallo Ich wollte gerade speichern, hallo Ich wollte gerade speichern, was soll die Scheiße Ich habe gerade speichern, was soll die Scheiße Ich habe gerade speichern, was soll die Scheiße Das war's für heute. Alter, ich sag das schon Alter Alter Erledige zämtliche Mörder, die aus dem Tempel kommen und bring Ordnung in die derzeitige Lage Ah, sie sind wieder vorgehalten, okay Sollte Mörder, die aus dem Tempel kommen Das sind Geräte, die wir von Bevel her gebrodert haben. Ich hoffe, wir können damit das Schlimmste verhindern. Das ist aber auch eine Aeon-Nähe, oder? Nee. Weil ich habe halt schon so ein bisschen die Vermutung gehabt, ich war jetzt kurz auf Pause, weil wir haben nämlich im ersten Tempel, und zwar, das war ja Bevel, hatten wir ja Bahamut, dann im zweiten, in Bethsaid, hatten wir ja Valfour. Und deswegen habe ich jetzt halt gerade so überlegt, ist es vielleicht so, dass wir jetzt hier Shiva besiegen müssen? Weil ich habe mir irgendwie gedacht, so von wegen, ja, weil im ersten Tempel, in der Ruin, oder in der ersten Prüfung von Bethsaid, hat ja damals Yuna Valfour bekommen, und da musste ich ihn auch bekämpfen, und in Bevel war es ja Bahamut, und da musste ich ihn ja auch bekämpfen. Und deswegen habe ich irgendwie so die Vermutung, dass wir hier Shiva jetzt besiegen müssen, und dann bei einem anderen Tempel, das war aber, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da waren wir auch schon mal, das war da, wo wir die, wo der Typ war für die Ausgrabungen. Da hat man ja eigentlich dann den Ixion bekommen, also quasi die ganzen Aeons von Yuna, also die ganzen, äh, Story. Äh, und es gab ja noch drei Optionale. Wollte ich was so erwähnen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es wirklich so ist. Oh nein, Haast, das ist nicht gut. Ach, aber wohl, er hat nicht mehr Zeit gehabt, das einzusetzen. Ist der Barthello? Ja. Ich bin okay. Die Fienden? Wir holen sie auf, irgendwie. Sie kommen von innen. One nach der anderen. Wenn die Fienden zu den Stadt, dann wird sie... ...Donna! Sie werden nicht. Danke. Donna will dich sehen. Sie hat nicht direkt gesagt, aber du kannst dich wissen. Ich möchte sie auch sehen. Selbst wenn wir in andere Dinge glauben, ich fühle mich immer das gleiche über sie. Die Zeit der Summonen hat sich übernommen, aber ich werde immer Donna sein. Ich bin nur die Guardian. Ich lebe nur um sie zu schützen. Und du kannst das mit einer schmerzen Begrüßung sagen? Donna! Er hat einfach gar keine Zeit, dieses Haast einzusetzen. Es ist so geil. Ah, das ist so geil. Äh... Aha. Und was jetzt? Oh. Oh. Oh... Oh. Das war's. Okay, okay, I was seeing... Oder willst du mir Gegner an den Klamm ein bisschen... Aber was seid ihr denn? Achso, euch kennen wir doch schon. Hier war doch auch ein Aufgesaid. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ohne硬! Ich nehme mein Gott. Esse war's. Das war's für heute. Na gut, Leute, wie gesagt, machen wir im nächsten Part weiter bei Final Fantasy X 2 und ciao.